Bayerns Steuereinnahmen sinken. Finanzminister Albert Führacker spricht angesichts der neuesten Steuerschätzung von einer massiv verschärften Haushaltslage. Im nächsten Jahr habe Bayern 900 Millionen Euro weniger zur Verfügung als geplant. Für das Jahr 2026 seien Ausfälle von 1,5 Milliarden Euro zu erwarten. Dies sei die Folge der längsten Rezession seit über 20 Jahren.